oder fassen die heilung ich habe gehört ich glaube ich bin ein belief eis beider so ja wie lange machst du heute du hast ja 30 minuten zu spät angefangen ich habe nicht 30 minuten zu spät angefangen ich habe 8 minuten zu spät angefangen ich habe noch zwischen 15 und 25 minuten machen wir jetzt hier haben wir jetzt irgendwas zum betätigen die spinnen sind wie voll süß ich habe das gefühl die tun mir gar nichts voll lieb das ist so blöd wenn man ein spiel nicht kennen und was er so schreiben will kannst du auch auf topik werden dass man richtig vorst schreibt doch darüber was für wundervolle haare ich habe ich brauche ein bisschen bestätigung mann tut mir leid mir ging gerade kurz eine ab so es ist so wunderbar ohne scheiß ich nehme die auch alle mit ne ich rede ich ich renne jetzt zur notline noch mal zurück und wo wir noch mal den ganzen scheiß ist mir scheißegal das ist mir egal so scheiße kacke der secure und so ornamental copper plate copperfield zu bc key ok da der zehn minuten zu spät war es können wir jeder von uns ein video dir zeigen das ist nur zu fair stimmt's lernen da geht nichts falsch lernen nein ja doch ist okay ist okay so lange es keine zehn stunden videos sind alles okay noch neun stunden videos ist es okay ich kann hier noch mal speichern jungs und mädels was ist hier los das problem ist ich weiß nicht ob ich hier wirklich speichern sollte jetzt weil kann ich sowieso nicht weil keine das ist noch mal repons was ist los mit dem spiel jetzt auf einmal was will mir das spiel damit gerade sagen das ist nicht gut das ist ganz so gar nicht gut abgott abgott hier liegen wir sind viele items rum Musik 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 Boah Alter Elaborate ornamentation There are switches marked A to F Will operate the switches Ok Musik 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 gut wo wird ab und dauernd switch da gibt es sicherlich hinweise und machen muss das wollte ich nicht man soll also herausfinden wann sich das gut anhört und wann nicht ok besser falsch also eigentlich nichts geändert oder ich möchte bitte beifall dafür haben dankeschön ich habe keine eifers mehr mitnehmen ich lache mich ewig ok i love you medigier ich glaube er hat dich nicht verstanden was gemeint hat als er dir zahnräder aufgehoben hat djw leon mega solid peace walker snake set metal gear ah jetzt habe ich es verstanden ja das war ziemlich lustig und ich habe kurz immer gefunden ich bin stolz auf mich ok ok warte mal was machen wir denn jetzt da kommt auf jeden fall noch mal ein metal gear rein was ist das überhaupt du kennengelernt steht noch niemand aber es ist man ok dann bin ich jetzt ja dann dann gehe ich einfach runter bringe meine items weg und dann komme ich nochmal her und hol mir das nochmal ab aber ja keine andere möglichkeit ne und ich gehe dann auch oben denke ich speicher deine deine mutter ach deine mutter ernsthaft deine mutter äh was soll ich was ist gott das wollte ich nicht cord wollte gerade sagen also kabel oder nicht mann das war wohl eine richtige entscheidung ich kann keine items mehr tragen da war eine truhe ernsthaft ich habe doch gar eine truhe gesehen Leute ich brauche jetzt mal euren rat bin ich jetzt im arsch oder was mache ich jetzt ich glaube ich bin jetzt im arsch richtig hart im arsch da war eine truhe da war eine truhe da war keine truhe ich habe auch keine truhe gesehen ich dachte mir wenn die da schon ich weine silver gear ich bin ich bin ach nö ja ok ich glaube das kann ich an der Stelle vergessen ich glaube ich werde jetzt einfach mal gekonnt das spiel neu laden war kack die wand an ja ok vielleicht du hast doch gesagt die sachen verschwinden oder ich gehe ja komm egal ich gehe jetzt nach oben ähm und wenn das item gleich weg ist dann habe ich Pech gehabt dann lade ich nochmal neu und wenn es gleich doch da ist dann habe ich halt Glück gehabt so wo war jetzt eine truhe und da ist er wieder aufgestanden glaube ich ach hier ist eine truhe habe ich echt übersehen leg mich am arsch ok ok god ja das war richtig doof von mir ich habe echt gut gespielt aber jetzt ist es vorbei mit meins leben benutzt das dope konnte ich ja nicht weil er keinen Auer hatte ok jetzt liegt noch da ja das ist doch ein Anfang dann hätten wir auch eben nochmal ups nein oh ok komm ich flüchte gleich einfach ist egal ich habe ja das Zeug wo ich ihn damit theoretisch jetzt nochmal plätten könnte bringt mir das nochmal ein item oder nicht wenn ja könnte ich ihn eigentlich nochmal plätten oder es zumindest versuchen so dann nehmen wir uns mal achso das Silver Gear habe ich ja noch ich habe das Silver Gear doch einsetzen können ich lapp im Gesicht oder? ja hätte ich ich bin ich bin ein bisschen doof aber das funktioniert nicht achso muss ja noch irgendwas machen wahrscheinlich gut dann kann ich ja jetzt mal nochmal eben die Sachen hier wegbringen natürlich nur eins nach dem anderen weil warum auch nicht nein das wollte ich nicht beautiful the ornamented gadget keine ahnung keine ahnung wahrscheinlich brauche ich gleich sofort wieder ich habe voll viele items ne so dann kann ich gleich erstmal weg tun weil ich habe jetzt Zeug das kann weg ich spiele auf dem PC ich spiele auf einem PS1 Emulator am PC ja see's dieبر톡 derna aber leider nicht jetzt Hilfe ja ich habe so viel Scheiße ich so was habe ich denn hier alles ich kann mich jetzt echt ein paar mal hochheilen meu Das ist echt schick. Hm. 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 Ja, gut, ne. Fünf Inke-Bonds. Da gehe ich jetzt einfach mal Geh-Speichern schon. Ich geh-Speichern, komm. Ich werde es bald wieder bereuen, ich weiß es genau. Egal. Äh, ja, komm. Aber doch erstmal ein paar Minuten, ein paar Spielschirm wieder nicht. Das letzte Mal speichern für heute. So. Äh... Machinery-Ruhm. Achso, ich muss das Item noch mitnehmen hier aus dem Ding, ne? Ups. Was ist denn der Kronos-Key? Was sollen wir denn jetzt bringen? Verscheinbar, vielleicht fünfmal. Okay. Checken. Hm. A chain made with a door, god of time. Ah, okay. Okay. Ich weiß, wo ich es benutzen kann. Beautiful. Äh, ja. Jetzt habe ich hier das Schlüssel gesammelt. Jetzt kann ich einen nochmal speichern. Soll ich vielleicht nicht trinken, wenn der Typie direkt vor mir steht. Oh, er ist weg. Ne, man hat keinen Bock mehr. Ach du Scheiße. 14 Mal gespeichert. Dann aber wundern, warum keine Farbänder da sind. Ja. Ich habe doch gesagt, am Anfang habe ich halt viel zu inflationär gespeichert. Also im Durchschnitt? 14 Mal? Das sind im Durchschnitt einmal pro Folge. Hm. Was ist das hier überhaupt? Kann ich nicht mal... Ich kann es mir nicht mal angucken. Ich kann meinen Kopf da reinstecken. Cool. Es war halt so doof verteilt, finde ich, die Ingo-Ribbons. Aber manchmal habe ich halt viel zu viele bekommen. Weshalb ich halt voll oft gespeichert habe. Und dann irgendwann war einfach gar keine mehr da. Naja. Okay. Es fehlen einfach Texturen. Sehr schön. Kombi. Ich hätte... Warum habe ich die Dinger nicht weggepackt? Ich bin so ein Lappen. Kann ich aber hier eben schnell machen. Es ist nämlich um die Ecke. Ha, ha, ha. So. Wie haben wir jetzt? 2, schön. 16. Okay. Mal nur 10 Minuten in etwa. Und dann haben wir... Ne? Dann haben wir... Oh, ne, es ist fickt doch da nochmal. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist doch gleich der Raum, wo ich hin muss, ne? Passt ja. Und in die Farbänder ist doch schön. Würde ich mir wünschen. Ja, das war die meine. Rade, du kommst nicht bis zum Plot. Was ist denn der Plot? Ich muss mal kurz an dir vorbei, Kollege. Was? Das ist nicht der Schle... Deine Oma. Als ob. Warte mal. Hast du das in der Kette? Warte mal. Kann ich das irgendwie hier... Na? Ah, okay, macht Sinn. So, warte. Zack, zack, zack. Ja, 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 ja. Okay. Erfährst du nächste Woche ohne mich. Oh. Schau dir zwei Kies an und überlege. Deja vu. Ja. Geh mal, weil ich spinne. Lass mich einfach durch. Ich tu dir gar nichts. Ich bin ganz friedlich. Ich bin nett und freundlich. Oh, Gott. Okay. Oh, ein paar Leichen in der Ecke. Gib mir Items. Ha! Achso, Mercenaries Pocketbook. September 26th. It's only been three hours since the mission started, but the team is down to me and Campbell. The number of the zombies is far greater than we expected. There is no hope left for this city. We have already injected the antibody for the virus, but I'm not sure that it will work. I don't know if I will survive. I will survive! September 27th. We managed to reach the clock tower. Out of desperation, we robbed some wounded members of their weapons and used the surviving citizens as decoys. We were taught to do this in order to survive in the battlefield, but I never enjoyed it. However, a girl showed up at the clock tower before me. She's one of the survivors. She looks just like my sister before she started to starve to death. Was? Starved. Achso, von Ungarn, natürlich. September 28th. I wanted to evacuate as soon as possible, but the girl didn't. Her father insisted that he wouldn't leave the city where his beloved wife rests in peace. I really wanted to save the girl, but Campbell said, All I care about is our lives! That's how I felt before, but now the clock tower has become a dangerous place and I don't want to make any more mistakes. Aha! Merk. Schlemmer. Oh. You can't turn back the clock. You can't turn back the time. Present to goddess. There's a very tray under the picture. Warum hab ich very? There's a tray. Was ist ein tray? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so ein... Ja. Kleine Vorstand da. Boah Gott. Du hättest die Leiche bei den Spinnen auch untersuchen können. Oh, Entschuldigung. Leon, du bist offline. Halt die Fresse, ich bin nicht offline. Ich seh mich selber noch. Äh, meine Schüler lernen, dann ziehen aus beiden. Falls du feint, du bist, dann hol dir die Brille von Apple J. Wesker. Dann bin ich wieder cool. Ich hab eine Sonnenbrille, allerdings im Auto. So, was haben wir denn hier? A maiden's statue holding a tray. An amberball ist on the tray. Okay. Whatever. A maiden's statue holding a tray. An obsidianball. Ich bin obsidian-la. Mein Kraft. Äh, a crystalball. Tray ist wahrscheinlich so aus die Schale, oder? Kann das sein? Äh, äh, äh. Jetzt muss ich die Dinger wahrscheinlich da draufsetzen oder so eine Kacke. Ach, guck mal eine an. Warte mal, die haben ja unterschiedliche Farben, ne? Kann man da irgendwie drauf schließen? Bronze, Silber, Gold und so eine Scheiße. Achso. Ja, das sieht schon mal richtig aus. Was auch immer ich hier gerade tue. Pfff. Elf Uhr. Achso. Vielleicht sollte ich aufhören, das immer so zu machen. Drei Uhr. Okay, das war, glaub ich, falsch. Ist aber auch egal. Äh. Doch, ich betreue noch. Okay. Was haben wir denn hier? Okay. Ach, der am meinen Dinger ist das, ne? Das hat mir schon gedacht, dass die Uhr auf null Uhr stehen muss. Gibt denn nur sechs Möglichkeiten? Ja. Gibt es. Äh. Das ist eine Uhr. A spare bell of the clock tower. It would take incredibly strength to move it. Ah, ja, dann brauchen wir den Beachball. Carlos. Dann haben wir doch. Ja, okay. Ähm. Kann ich mir irgendwo Tipps einholen, wie ich darauf komme? Habe ich da jetzt gerade Silber raufgelegt? Scheiße, was habe ich hier gerade drauf? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Legen wir jetzt mal da das andere drauf. Kommt schon. Yeah. Sehr schön. Ah. Sexy. Sehr cool. Okay. Äh. Dann. Shut out the invaders. Okay. Irgendwann kann ich das auf jeden Fall machen. Sonst wäre das nämlich nicht hier. Also dann wäre es nicht gerendert. Diary? What? Ugh. Ach so, das Diary. Ja, okay. Ah, egal. Ich habe es denn gekriegt. Wo das Golden Gear wohin kommt? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber muss doch Silber Gear, Metal Gear, muss doch auch noch irgendwo hin können, ne? Hi. Lass mich durch. Ich bin ganz friedlich. Merk die Glocke fließt immer rein. Ja! Das wäre eine Idee, ne? So, da kommt jetzt wieder Nemesis. Kann ich ja nicht noch irgendwie Sachen lesen oder so? There's nothing suspicious here. Okay. Cheers. Ich wollte es Claire sagen. Das wäre falsch gewesen. So, dann würde ich sagen, ich begebe mich jetzt schon mal wieder in Richtung Grundturm. Ach so, die Leiche. Ach, egal. Spiel, Spiel, du packst es schon. Die Leiche. Komm, die hole ich jetzt noch eben. Ich habe jetzt noch ein paar Sekündchen. Wo ist das? Eigentlich sind die Stars. Wo geht's? Jetzt muss ich an den Spin nochmal vorbei. Wo ist denn die Leiche? Da. Dankeschön. Noch mehr Leichen hier? Ich hoffe nicht. Ich gehe jetzt wieder. Anflugsteigen vergessen am Ende. So. Der Michael Wasserstuhl verleitet ist einfach, mich zu verpissen. Und sagen, das war der Stream. Bzw. Ja, ich weiß, Videos noch. Ein, zwei Videos. Mal gucken, was sich noch so gibt. Äh, ja, mich am Speicherraum. Ich speichere nicht. Ich werde meine Ingrams jetzt aufbewahren. Wie lange streamst du noch? Ich bin jetzt fertig. Also, äh, zumindest mit dem Spielteil. Ich gucke jetzt noch ein, zwei Videos. Fertigstündchen vielleicht, ne? Aber! Dann soll es das auch gewesen sein, Freunde. Kannst du auch mal in den Turm gehen und da aufhören. Ist ja eigentlich auch gleich um die Ecke, ne? Dann kann ich das eigentlich wirklich nicht machen. Der ist ja doch gleich um die Ecke. Dann könnt ihr schon mal Links suchen und schicken. Wenn ihr wollt. Ich kann schon mal sagen, wie tot ich dieses Spiel finde. Wenn ich gerade Nemesis immer um die Ecke stehen würde. Der Rest wird mir so peinlich. Gute Nacht, ihr Geinkerl. Ich bin bei mir wrong. Alter, der Stream war freitags. Moment, muss ich ja doch. Ich weiß nicht, was das da bringen soll. Na ja. Werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Und sein neuster Resident Part, ja gut. Ich gucke es nicht, weil ich es ja spielen will. Wenn schon, denn schon, ne? Gronkh-Steam sind mir zu affig. Ich habe noch nicht einen Stream-Gronkh gesehen. Gronkh-Stream gesehen. Auf die Jette hätte ich auch keinen Bock, so, ne? So, dann stelle ich mich jetzt hier in die Ecke. Ich schäme mich. Ich gehe jetzt zu der Kiste und schäme mich, dass ich sie vorher nicht gesehen habe. Die ist aber voll Camouflage, ey. Das erkennt man nicht. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich habe es gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bei Regie. Ding, ding. So. Amka, Amikiri, so. Gott, ey. So, ich schaue mal Videos jetzt. Eins oder zwei, falls ihr wo wollt. Ich sehe nur, ich habe es aufzuhören, wie alte Omas belästigt. Geil. So, dann mache ich mal kurz hier Escape. Und. Schäven. Blob. Ich schaue dir ein Video, das nur 10 Sekunden dauert. Minute eingestellt. Aber lass es bitte nicht als Video zählen. Feed trending. Oh, nein. Zeigen, was ich mit Medi-Solid 3 bei die Gemah... Gut. Was denn genau? Äh, achso. Hier, Ocelot und so, ne? Warte mal. Äh, ich kann es nicht mit meiner Maus machen. Ich kann es nicht mit meiner Maus machen.